Herzlich Willkommen zum Oster-Countdown der Kirchengemeinde Dilbrecht. 40 Tage, 40 Menschen, 40 Verheißungen. Vor kurzem, als es so richtig kalt war und nachts der Himmel aufgeklart ist und das zweistellige Minusgrade gab, da habe ich doch mal kurz raus geschaut in den Himmel, in den klaren Himmel und die vielen Sterne gesehen. Faszinierend. Lange habe ich es nicht ausgehalten, dann war ich wieder drin. Wie viel Zeit Abraham wohl verbracht hat, den Himmel und die Sterne zu zählen? Im mittleren Osten damals, ohne Lichtverschmutzung, gab es bestimmt 1000 Sterne zu sehen. Wer weiß. So lese ich aus 1. Mose, Kapitel 15, Vers 5. Und der Herr ließ ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham ist der Mann von Sarah. Für Juden, Christen und Muslime, der Stammvater, der Ursprung des Glaubens. Abraham, ein Mensch, der treu war zu Gott und seinen Verheißungen, der ihm geglaubt hat und manchmal Dinge selbst in die Hand genommen hat. So zum Beispiel bei der Verfolgung beim Einholen von Lot, bei der Verfolgung der Feinde, hat er den Lot befreit. Es war seine Initiative. Manchmal streckt er aber auch seine Hand aus zu Gott, baut einen Altar, sucht ihn und manchmal streckt sich Gott dem Abraham entgegen und er sagt ihm, fürchte dich nicht. Das sagt er dem Abraham, dem Isaak, dem Jakob und auch der Hager und auch dir. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lurm. Glaube ich das wirklich, dass Gott mich beschützt? Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Das heißt, aus dem Glauben an die Verheißungen werden wir leben. Nicht dadurch, dass wir uns selber beschützen, so wie das Abraham auch trickreich versucht hat. Aber es war eben nur sein eigenes Tun und Gott hat ihn trotz allem beschützt. Ob Gott uns also in Ägyptenland in der Ferne beschützt? Ob er uns wirklich Nachkommen schenkt? Und da sind die beiden doch irgendwie wie Adam und Eva. Gott hat einen Plan und dann gibt es einen Gegenplan. Die Frau stellt dem Mann diesen Gegenplan vor und der Mann sagt einfach Ja. So war es bei den beiden. Und das finde ich faszinierend. In der Bibel werden die Vorbilder des Glaubens nicht ohne ihre Schattenseiten dargestellt. Ihr Glauben und ihr Zweifel kommt zum Tragen und es wird daran sichtbar, dass Gott größer ist als unsere Zweifel. Selbst wenn wir seinen Zusagen untreu werden. Er ist und bleibt treu. Das zeichnet ihn aus. Und so ist die Herausforderung für heute. Lies doch bitte aus dem ersten Buch Mose, die Kapitel 12, Verse 10 bis 20 und Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Sprich mit Jesus Christus, deinem Herrn, wie weit und wie groß seine Gnade ist. Sprich mit Jesus über Abraham und über dein Leben. Und für die Mitglieder der Dilbrecht der Kirchengemeinde und alle die, die in der Messenger-Gruppe der Kirchengemeinde sind, ja, so viele Namen sind es und so wenige konnte ich bisher persönlich kennenlernen. Daher die Bitte. Nennt mir zu eurem Namen, Vornamen, wer gerne mit mir per Du sein möchte oder Nachname, wer das lieber per Sie hat. Nennt mir bitte ein Adjektiv, das mit demselben Buchstaben anfängt wie dein Vor- bzw. Nachname. Es muss ein positives Adjektiv sein. Und schickt mir dazu eine kurze Sprachnachricht. Vielleicht auch mit einem Foto von dir. Vielleicht auch mit einem Eins-Versetzen-Zwischen-Fazit für die ersten paar Tage Oster-Countdown. Die Gemeinde Dilbrecht trifft sich in diesen 40 Tagen sonntags um 19 Uhr für maximal eine Stunde in Zoom virtuell per Computer. Wer daran teilnehmen möchte, die Einladung kommt über die Messenger-Gruppe der Gemeinde. Einen gesegneten Tag.